Zuletzt ist seine Corona-Durchlauf von der Augsburger Allgemeinen gefragt worden. Wann wird man mal wieder in einem Club tanzen können? Und das war seine Antwort. Das dauert. Aber sie können ja zum Beispiel zu Hause mit ihrer Partnerin tanzen. Alter, da ist die Rede von fetter Bassmusi und er so. Hoffentlich erklärt uns der Aiwanger da jetzt nicht auch noch die einzelnen Tanzschritte dazu. Ja, hey, Kultur. Darunter verstehen konservative Politiker halt meistens bloß Hochkultur. Das war aber eine Frage nach der Clubkultur. Aber das ist doch keine Kultur nicht. Das ist Party und Eventszene. Das sind nur bsuffene Randalierer. Er gibt sich zwar recht landesväterlich verständnisvoll an der Stelle, aber er kapiert die Dimension der Frage nicht. Auch an der Clubkultur hängen Existenzen dran. Und zwar gar nicht mal so wenige. Wenn ich zum Beispiel Konzerte spiele, dann spiele ich die hauptsächlich in Clubs, weil bei mir wird auch getanzt. Das ist ein super Platz für meine Musik. Jetzt bin ich aber auch nur ein ganz kleiner Künstler. Aber an so einem Abend verdienen nicht nur der Clubbesitzer und ich unser Geld, sondern auch meine Musiker. Die an der Kasse und an der Garderobe. Die Security. Die Leute hinter der Bar. Die Brauereien. Mein Booker. Der, der die Flyer und Plakate druckt. Der, der das Foto auf dem Plakat gemacht hat und der, der das Plakat designt. Der, der meine T-Shirts druckt. Die Firma, die die Technik da rein stellt und betreut. Und nicht zu vergessen, die Menschen, die den Laden danach wieder sauber machen. Und das alles bloß, weil ein paar wenige Menschen im Club tanzen wollen. Aber sie können ja zu Hause mit ihrer Partnerin. Vielleicht hat der Söder bei der Antwort aber auch so eine Waldorf-Nummer im Kopf gehabt. Tanzen sie sich frei von ihren Existenzängsten. Wir wissen schon, dass in Clubs tanzen grad nicht geht wegen dem erhöhten Infektionsrisiko. Viele haben sich sowieso schon damit abgefunden, ein Bauernopfer der Pandemie zu werden. Ich denk mir schon von Anfang an, hilf dir selbst, dann hilf dir Markus. Nein, aber im Club tanzen gehen ist so viel mehr als bloß im Club tanzen gehen. So schaut's nämlich aus.